Das ist so ein schönes Gebäude und man kommt leider nicht rein. Was sind das für ein Miggi aus dem Müllkübel? Für den Walker. Für die Aschidekür hier. Ist das geschützt, oder? Ja. Was sind denn da? Video. Ein Kilometer Richtung Leer. Ganz schön warm hier. Hier ist unser Objekt. Mal sehen, ob man reinkommt. Sieht schon etwas lustbläsig aus hier. Sehen wir, wo Simon uns hinführt. So ein Frachtstuhl oder eine Frachtstuhl? Ja, das ist total geil. Wir stecken jetzt im Aufzug fest. Ich drücke jetzt Null. Jetzt fährt er weiter. Ja, das Problem ist, dass es eine Lichtschranke ist, weil er keine Tür hat. Und sobald jemand was in die Lichtschranke sieht, macht er einen Notstand. So, sowas auf. Das macht ihr jetzt bitte nicht den ganzen Abend. Nee, sonst verhungere ich jetzt hier. Jetzt haben wir das zu oft gemacht. Jetzt machen die hier. Die machen jetzt hier Disco. Wir sind einfach dran vorbeigebaut. Warum sind wir nicht die ganze Zeit Treppe gegangen? Ich wollte schon die ganze Zeit Treppe gehen. Ja, weil es einmal gut funktioniert hat. Die Treppe hat aber auch nicht funktioniert. Nein, aber nicht. Du bist da. Du bist... Es sieht im Moment noch human aus. Aber hier, dieser Kreisverkehr habe ich vorhin bestimmt fünf Minuten gebraucht, um drum rum zu fahren. Oh, grün. Der hat Ampeln. Also, man kommt immer nur eine Vierteldrehung in den Kreisverkehr. Das hier ist, glaube ich, das einzige Auto, was älter ist als meins. Was ist denn das? Ach, ein Lotus. Hier eine Bratwurstbude. Das Zeug heißt nicht umsonst feines 12 Platinum. Das hat ganz schön viel. Äh, Alkohol. Das hat nämlich 12% Also, hier sieht man, dass Apple eine Religion ist. Und keine Marke. Einfach nur hier die Deckenhöhe. Guckt euch das mal an. Apple ist so hochwertig, deswegen ist Apple zu hoch. Ja, das ist die... Die müssen ein bisschen doll aufdrücken. Also, Hitler hat auch viele Gebäude gebaut, die sehr hoch waren. Also, bauen lassen. Wir haben jetzt einfach Geldkarte gewählt, weil da noch Geld drauf ist auf dem Chip. Hat aber nicht funktioniert. So, angekommen im Mindesthotel. Thomas Schneider schon wieder, der alte Schneider. Hier ist er ans Bett gestoßen. Ist das offene, oder? Aber das hört sich an wie Pupsen. Wir sind hier also in so einer Frettenbude. Ähm, das ist bei uns wie bei den Bratwurstbuden. Da haben wir erstmal ordentlich was gekannt. Und dieses Jubiläe gibt es auch ohne Alkohol. Gleich mal probieren. Und ich musste zum ersten Mal Bar bezahlen auf dieser Reise. Ja, das stimmt. Und schon werde ich gefragt, haben Sie nicht einen Euro klein? Nein. Hab ich nicht. Ja, nun zeigt Belgien auch mal die andere Wetterseite. Ja. Dara hat jetzt schon die zweite Runde gemacht. Wir haben Brüssel verlassen. Und sind jetzt hier eigentlich gar nicht mal so weit weg gefahren. Oh, die Gegend hier sieht schon ganz anders aus. So, hier wären wir auch schon bei unseren ersten Displays. Äh, das ist hier so ein Lockschuppen. Das ist aber leicht gruselig, weil der Wind die Türen knallen lässt. Hier scheinen wohl auch mal Abrissarbeiten begonnen zu haben. Ich hab mir jetzt eine Milch gekauft. Ähm, oder, muss ich noch bezahlen. Ähm, die kommt aus Deutschland. Die kostet hier aber nur aus 67 Cent. Wie viel kostet die bei uns im Lidl? Ja, Leute. Wir sind hier in einer kleinen Stadt. Wir können's jetzt auch sagen, weil der Block erst rauskommt, wenn wir hier weg sind. Wir sind in Profond de Ville. Ja. Mitbekommen. Und da ist die Stadtkirche. Ich hätte beinahe Dorfkirche. Und das Wetter ist kaputt gegangen. Okay. Es regnet. Ja, wir wollten uns jetzt hier raussetzen. Ja. Aber der Laden hat zu. Raussetzen? Ja. Und vor allem, ähm, es würde mich auch ankotzen, da oben zu wohnen. Andererseits müssen die auch keine Angst vor Hochwasser haben. Guckt mal hier, wachsen Stahlösen. So, jetzt alle die Schnussengel zusammenbinden, dann fangen wir die. Oh. Das war jetzt unser letztes Objekt. Ich bin jetzt noch dabei, jetzt eine Aufnahme zu machen. Noch Statement zur Fahrt. Das seht ihr dann bei Thomas auf dem Kanal. Im Urbex-Vlog 14. Genau. Bei mir ist es Nummer 3. Haha, Gurkensohn vom Spad. Ja. Ja, ich gönne mir jetzt noch eine Gurke. Und bedanke mich, dass ihr mich bei der Tour begleitet habt. Dass ihr die Videos angeschaut habt. Abonniert habt. Wir sind wieder hinter der Kamera, wie immer, ne? Mhm. Schaut mal davor. Nee. Chau. Vielen Dank.